Hallo zusammen, grüße euch zum nächsten Trailer am 16.08.2020. Gut, ist letzten Endes selbsterklärend, satanistische Intelligenz versus soziale Intelligenz. Darum geht es dann im Hauptfilm, dass ich das so ein bisschen gegenüber stelle und dass die soziale Intelligenz, glaube ich, auch ein bisschen vernachlässigt worden ist in letzter Zeit. Wer es denn dann schauen möchte, sehr gerne bei VK, bei Bitshoot, die sich den Trailer bei WIC News TV aufrufen. Natürlich, wie wir den entsprechenden Link kopieren in die Browserzeile und ab damit. Und wir brauchen, wir sollten uns mehr dieser sozialen Intelligenz bedienen. Und auch, wenn wir nochmal an diese Ameisen denken, an die kollektive Intelligenz, vielleicht geht es dann eben so. Na dann, vielleicht eben auch. Bis gleich. Tschüss.